Wir sind hier auf dem Club of Skaters YouTube-Kanal und wir sind einige Wochen nur entfernt von dem Finale in Rust und da gibt es natürlich viele deutsche Meister, die wir auf jeden Fall festhalten werden und eins der wichtigsten deutsche Meister natürlich ist der Amateur-Deutsche Meister und zwar ist es natürlich Locals-Only in vielen Städten, wo man gewinnen kann und zu meiner Linken steht Gino Körner, der in Bremen gewonnen hat und dazu möchte ich erstmal gratulieren hier, Gino Körner in Bremen gewonnen und warum er gewonnen hat. Das seht ihr einfach jetzt gerade in diesem Clip hier. Ja, er ballert hier ein nach dem anderen, Gino, du musst gar nicht hier in Köln mitfahren, du bist einfach aus Spaß da hier oder warum? Ja genau, ich bin Michonne hier, ich bin Versace-Germany-Support, er ist ja weitergekommen. Aber du rippst hier, ich verstehe nicht warum du eigentlich Locals-Only mitgefahren bist, das sieht so aus, als ob du hier bei den Pros locker mithalten willst. Ja, ich bin halt wegen meinem Arm mitgefahren, ich bin halt eigentlich noch Spaß mitgefahren und gucken, was ich meinem Arm spät. Habt ihr seinen Spaß-Skate gesehen? Das ist krass, ich bin sehr beeindruckt. Guck mal, du hast noch eine krasse Verletzung, ich hab gehört, du hast dir die Schulter ausgepuckelt oder gebraucht können. Wie sieht das jetzt aus mit dem ganzen Ding? Kannst du weiteres gehen, willst du eine OP geben? Erzähl noch. Also es wird auf jeden Fall eine OP geben Ende September. Ende September, also nach Rust? Ja, direkt nach Rust. Und da ist mir ein Stück aus der Schulter mit rausgebrochen, was dann halt die Schulter verpuffiert hat, damit die wieder rein springen, das musst du erstmal rauswitzen. Also du willst mit der kaputten Schulter in Rust trotzdem starten. Freunde, das sehen wir dann in Rust. Schaltet also ein Club of Skaters. Es gibt einen Livestream, wo der junge Herr performen wird. Ich werde das Ganze natürlich kommentieren für euch. Der Link ist unten in der Beschreibung. Genauso wie sein Instagram-Profil. Solltet ihr definitiv folgen und abchecken. Ansonsten natürlich liken, kommentieren und abonniert den Club of Skaters YouTube-Kanal. Freunde, wir sind raus und wir sehen uns beim finalen Rust. Perfekt. Jetzt war ich noch ein bisschen konzentrierter. Danke dir.